Oh, 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 was geht ab, BK in Club 2, vielen Dank zu einer neuen Runde von Infinite Warfare Multiplayer. Ich bin hier wieder unterwegs. Diesmal spiele ich Herrschaft. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass es irgendwie in letzter Zeit besser läuft. Aber, ja, also was ich da alles gesagt hatte, ich habe halt anfangs nichts geschissen gekriegt in Infinite Warfare, zumindest nicht sonderlich viel. Was ist hier los? Gut, ich habe keine Ahnung, was da gerade abging. Und ja, dass ich halt vor ein paar Tagen mal reingeguckt hatte wieder und ab da lief es dann auch gut. Gut, da hatte ich immer Team Deathmatch gespielt und jetzt wollte ich mal gucken, ob da ich nur in Team Deathmatch gut bin oder ob ich auch Herrschaft gut bin. Dass das vielleicht sogar an Spielmodus liegt, denn ich habe das auch bei Modern Warfare. Da bin ich momentan echt am besten in Team Deathmatch. So, ich spiele übrigens mit der Type 2. Hier scheint aber nichts mehr zu sein, wa? Gut, dann setze ich mich hier mal hin und nehme C ein. Erstmal hier geile Akimbo machen. So. Jawolleck. Ich habe eine Herausforderung da beschossen. Geil! Ja, ich will halt mal gucken, ob ich auch in Herrschaft was gerissen kriege oder ob das... Okay, moin. Dass ich momentan einfach irgendwie in Team Deathmatch am besten bin. Da wollte ich jetzt mal reingucken. So. Okay. Ist der Typ hier weg oder... Okay, der ist tot. Alter, wie ich nichts getroffen habe. Ach, Menno. Also momentan läuft das Gefühl, Team Deathmatch besser. Das kann ich so festhalten. Alter, das war auch nicht gut geschossen gerade. Das war überhaupt nicht gut geschossen. Oh, da habe ich ein Köpfchen gesehen. Aha! Da vorne läuft einer. Verbündete Konterdrohne online. Jawohl. Gut, da war ich gerade ein bisschen ruhig, weil ich das nicht verkacken wollte. Ach, Mann. Ich wollte mich doch verarschen. Ich habe bis jetzt nur drei Kills. Was ist das? Die erste Halbzeit ist zur Hälfte vorbei. Wir haben die Führung verloren. Das Team Deathmatch läuft momentan bei mir am besten. Was mich aber echt richtig hart stört in Infinite Warfare, ist der Wettkampfmodus. Also ranked, Ranglistenspiele. Weil man da keinen Rang hat. Das ist nicht so wie bei Edward Warfare und Black Ops 3. Du hast keinen Rang, den du aufsteigen kannst. Das sind einfach ganz normale 4 gegen 4 Spiele dann halt. Suchen und zerstören und so. Da hätte ich gerne wirklich Rang drin, dass man dann da auch noch so einen gewissen Anreiz hat. Weil sonst kann ich auch normal spielen. Also 4 gegen 4 macht ordentlich Spaß. Ich habe Suchen und Zerstören gespielt immer. Weil ich da... Das habe ich eigentlich immer gespielt in Advanced Warfare und Black Ops 3. Dass man da jetzt auch direkt nach suchen kann, was man ranked spielen kann oder will, das finde ich auch richtig gut. Aber es fällt halt echt der Rang. Denn da hatte ich immer extrem viel Spaß bei und war auch richtig gut in Ranked. Und das würde ich eigentlich gerne wieder machen. Aber scheiße. Irgendwie haben wir das nicht reingemacht. Fragt mich nicht warum. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Wir haben die Führung verloren. Hallo? Verkir mich nicht. Nein. Oh, ich wollte da gerade weg. Scheiße. So, wo sind die? Oh, oh. Ja, kommt ja natürlich ausgerechnet da, wo ich mich gerade dann booke. Wo ich mich booke. Wo ich mich booke. Ist ja klar. Ja, aber wir liegen jetzt nicht so stark zurück. Da hat ja noch alles drin. Den habe ich geholt. Den anderen leider nicht. Ah, wir müssen uns ein bisschen reinlegen, damit das wieder funktioniert hier. Wir haben die ganze Zeit nur eine Flagge. So kann man auch nicht viel gewinnen. Ah, der war doch fast tot. Was soll denn das? Oh, ich glaube, ich habe gerade noch meine Fähigkeit gekriegt. Aber ich bin nicht der Letzte. Ja, so lag. Okay, 88 zu 100. Ich stehe 7, 12. Ich habe die Runde, die ich vorhin aufgenommen hatte. Da stand ich am Ende von dem Team Deathmatch Match. Ich habe keine Ahnung, wie ich da stand. Ich habe es vergessen. Aber irgendwo so ziemlich mittendrin stand ich 19, 13 oder so. Was macht der denn da? Aber da war ich deutlich besser als hier jetzt. Oh. Da ist da jetzt sogar wirklich einer. Ach, Mann. Ja, was soll ich dann machen? Was macht der Typ hier an unserem Spawn? Ja, und er guckt sich auch erst mal die Map an. Ey, ich will nicht mehr. Es ist ja auch kein Wunder, dass wir verlieren. Ich gucke erst mal die Map an und ich sitze da in der Ecke. Eventuell kriegt man es mit. Ich rege mich ein bisschen auf gerade. Aber noch ist das vom Aufregen her im grünen Bereich. Falls es da einen gibt. Oh, der sitzt da. Noch einer, ey. Wie wäre es denn mal mit ein bisschen Unterstützung hier von meinem Team? Zumindest noch einer, der mit zu B kommt. Boah, da hatte ich aber mega Glück, dass er so schlicht geschossen hat. Oh, oh. Nein. Böse. Nein. Womit hat der geschossen? Ah, mit der Klauer. Scheiße. Ah, keine Chance auf der Distanz. So, da soll irgendwo einer sein. Da ist einer. War der das? Oder sieht so aus. Okay, da ist ein Kollege. Ja, die lassen sich da erstmal absnacken. Okay, nice. Der hätte ich gerne gehabt, dann hätte ich mehr Punkte gekriegt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich die Drohne. Aber tot ist das Wichtigste. Nein. Oh, der war doch fast tot. Shit, 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 fuck. Lass mich gerade nicht. Krieg den ab? Äh, krieg doch nicht. Wow. Alles klar. Ähm. Weiß gerade nicht. Ja, okay. Also, da stirbt war sowieso klar. War nur eine Frage der Zeit. Der Feind hat die Hälfte geschafft. Ausschalten. Ja, würde ich ja gerne. Ja, hier wieder ein Double Kill gemacht. Ich mach so viele Kills gerade. Ich hab mich jetzt auf, äh, positiv hochgearbeitet. Ist zwar nur eine Einser, aber immerhin positiv. Das freut mich schon. Ach, scheiße. Jetzt bin ich wieder negativ. Punktetechnisch vom vom Ersten zum Zweiten. Ich hab 1200 Punkte Vorsprung. Zum Zweiten. Das ist, äh, das ist ein gewaltiges Sümmchen. Ach, Mano. Äh, ich weiß nicht. Ich glaub, ich bleib lieber bei Team Deathmatch. oder vielleicht spiel ich auch mal Wettkampf dann, also Ranked, Unranked, Ranked. Spiel ich dann vielleicht auch mal, denn da bin ich relativ gut drin. Äh, da hatte ich letztens innerhalb von drei Runden war das, glaube ich, zehn Kills gemacht. Da hab ich einfach ein Double Ace rausgehauen. Alleine zweimal das gegnerische Team zerstört. Und, äh, ordentlich die Runden geholt. Das hat Spaß gemacht, das zu spielen. Ah, da war meine Empfindlichkeit zu niedrig. Da hab ich irgendwie gezielt wie eine alte Oma, die gerade über die Straße rennt. Mit dem Rückstock. Scheiße. Ja, wie wär's denn mal, wenn ich in die Richtung guck, wenn, dass du dann in die andere guckst, das ist, äh, das hat nichts mit groß überlegen zu tun, das ist einfach logisch. Einfach jeden Zugang dann abdecken, aber nööööööööööööö warum denn auch nobzör okay doch so scheiße da habe ich den nicht gesehen ja und wen soll das die killen er ist ja auch schon wieder ja war auch Zu erwarten Bei dem Team ehrlich gesagt Ich hab jetzt auch nicht Meine beste Runde gespielt, aber Ich hab mir auf jeden Fall alles gegeben 1925, ja Aber hier 2700 Punkte Und der zweite 1600 Punkte Ja Ach, der Oberung Und hier, was ist das 1-4, ja okay Der kann nachgejoint sein, der ist wahrscheinlich auch nachgejoint Äh Ah, fast 1-23, schade Jawohl So, 26 Schlüssel Hab ich, alles klar Gut, ich würde sagen Ich verabschiede mich hier, ich hoffe es hat euch gefallen Dann wenn ja, würde ich mich sehr Über einen Like freuen Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder Im nächsten Video, tschüss Und dann sehen wir uns auch